Wir unterbrechen das Programm. Was geht Leute, willkommen zu einem Video und ich bin wieder da, das bedeutet es kommen wieder Videos. Ich habe ja letztens meinen Fuß gebrochen, dann hat man den Bruch erkannt und nun habe ich einen Plastikstiefel, so einer. Der sieht so aus. Den muss ich jetzt glaube ich noch bis November tragen und dann werden wieder Videos kommen. Es gibt ein paar Sachen als erstes. Ich habe ein paar Videos vorproduziert, die kommen auch bald, die kommen vielleicht zwei, drei Tage. Ich weiß es wirklich noch nicht. Ich weiß auch nicht, wann ich dieses Video gerade überhaupt hochlade. Aber es kommen Videos, das verspreche ich euch. Das andere Problem ist, in diesem Video habe ich euch gesagt, naja, dass ich campen werde. Damit meine ich, dass ich das richtig krass filme mit einer neuen SD-Karte und das richtig langs Fim, es wird ein 1-Stunden-Video und by the way, schönes Standbild. Im September. Ratet mal, was am Freitag, den 13. September passiert ist. Richtig. Ich wurde angefahren. Nice. Deswegen war ich jetzt richtig lang im Krankenhaus. Ich war beim Doktor. Ich war nochmal beim Doktor. Und ja, jetzt habe ich diesen Stiefel, wie ich in dem Video schon gedacht hatte. Und dafür kommen jetzt Videos. Das Camping-Video kann ich leider nicht machen, weil ich mich jetzt gebrochen habe. Aber groß im Groben und Ganzen war das eigentlich schon eigentlich alles, was ich euch sagen wollte. Bald, wenn der weg ist, kommen wieder richtige Videos, also wo ich das halt mache, was für mich man mich kennt. Das einzige Problem, was mir gerade eingefallen ist, ist, was mache ich denn zum Halloween-Special? Ich meine, ich habe fast jetzt jedes Jahr ein Halloween-Special gemacht. Aber in diesem Halloween-Special war ja mein Kumpel Fabian da. Und der hatte da auch so einen, wie nennt, ich weiß nicht, wie man das nennt, Plastikfuß, sag ich eigentlich. Aber es ist ja kein Fuß, es ist Stiefel, Plastikstiefel. Genau. Und den hat er an, er konnte damit rumlaufen, ich kann damit aber ohne Krücken noch nicht richtig laufen. Also ich brauche immer Krücken, das ist sonst gefährlich. Ähm, deswegen weiß ich nicht, wie ich das mit meinem Halloween-Video mache. Vielleicht kommt keins, vielleicht kommt eins. Darum kümmert sich der Leon, der gerade dieses Video schneidet. Sag mal irgendwas. Hallo, ich bin ne Cutter. Ja, reicht uns auch schon wieder. Du lässt mich ausreden. Chill. Nein, du lässt mich ausreden. Gut. Das war's schon mit dem Video, ich hoffe es hat euch gefallen, das ist gern ein Like. Ich bin der Cutter. Sei leise, ich hoffe es hat euch gefallen, das ist gern ein Like und ein Abo da. Geh mal nach Hause. Kannst du einmal deinen Mund halten? Warst du mich kurz überlegen? Nö. Jetzt komm her. Komm her. Vorsicht. Nicht vergessen. Wow, nein, au. Au, du Kleine. Au. Oh mein Gott. Das ist so ganz langsam. Das ist ganz so. Das war knapp. Ihr fliegt jetzt auf die Couch. Ciao. Oh. Was war denn das für ein Video? Bis zum nächsten Mal.